Hallo meine liebe Freunde und herzlich willkommen zu dieser Light Novel Review. Heute möchte ich euch die Light Novel Sternenjuwel von Jan Malte Dittmar bzw. Mia Martin vorstellen. Diese Light Novel basiert hierbei auf der japanisch lernen App Kawaii Nihongo, welche ebenfalls von Jan Malte Dittmar entworfen und programmiert wurde. Anfangs hatte ich meine Zweifel ob das passen würde eine japanisch lernen App als Basis für eine Light Novel zu benutzen. Doch Mia Martin hat hier die Geschichte sehr gut erzählt. Die Charaktere sind authentisch, haben einen gewissen Tiefgang und vor allem ist die Geschichte spannend. Kleines Manko was allerdings nicht die Geschichte angeht, sondern die Textformatierung. Viele viele Abschnitte haben eine sehr sonderbare Textformatierung und es sind auch einige Rechtschreibfehler leider hier enthalten. Das ist allerdings verkraftbar, wenn man eben bedenkt, dass die Light Novel aus einer Eigenproduktion und nicht aus einer großen Produktion wie Carlsen Manga, Panini Manga und so weiter eben stammt. Aber kommen wir doch einfach mal zur Geschichte. Ich möchte hier natürlich nicht zu viel spoilern, weshalb ich nur ganz kurz anreise, worum es in der Geschichte geht. Wir haben Riko, Yun sowie Aoi und Yuji. Wobei Riko und Yun die größeren Hauptcharakter sind. Aoi und Yuji sind eher so ein Nebencharakter. Yun ist neu in der Stadt und trifft dort auf Riko, Aoi und Yuji. Wobei Yun Riko als einziger in ihrer Fuchsgestalt sehen kann. Da diese natürlich ein Geheimnis bleiben muss, bittet Riko Yun darum. Allerdings gibt es einen kleinen Haken bei der Geschichte. Riko weiß nicht, wer sie ist. Sie hat ihr Gedächtnis verloren und nun geht es eben darum, das Gedächtnis wieder zu erlangen, beziehungsweise eben Informationen bezüglich Riko zu erfahren. Da vermehrt Füchse in der Stadt gesichtet wurden und Yuji dies als übernatürliches Anzeichen deutet, wird kurzerhand unter dem Vorwand, dass früher eine Fuchsgöttin in dieser Stadt gelebt haben soll, das Fuchsgöttinnen-Ermittlerteam gegründet. Und so machen Riko, Yun, Yuji sowie Aoi sich auf, eben jenes Geheimnis um die Fuchsgöttin zu ergründen. Dabei stoßen sie auf sehr merkwürdige Leute, einem verrückten Professor und eventuell eine Verschwörung der Marduk Corporation. Mich persönlich hat der erste Band dieser Light Novel gefesselt und ich freue mich schon auf Band 2 und den Abenteuern rund um Riko, Yun, Yuji, Aoi und dem Sternjuwel. Ich hoffe, diese Review hat euch gefallen. Wenn ihr Daumen nach oben, Kommentar in die Kommentarbox, wenn ihr die App Kawaii Nihongo auch haben wollt, unten in der Videobeschreibung habe ich es mir verlinkt. Genauso wieder ein Link zu diesem wunderschönen Light Novel. Wir sehen uns bei einer nächsten Review. Macht's nicht gut, macht's besser. Ciao! 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 Ciao!